Hier kam ich nach Verletzung, aber erst wieder wurde ich eingewechselt. Kann man hier irgendjemanden? Wir haben davor das Jahr gegen Zwanzig gespielt, da war Daniel James. Dann haben wir gegen Leicester gespielt, da war dieser Hot Rory, der mit den Afro. Gegen Everton, Holgate. Die Brücke? Das war einmal Premier League International Cup, mees cool. So ein paar Premier League Mannschaften, ein paar Hertha, Benfica, immer zweite Mannschaft, mees cool. Immer so die Jungprofis. Ich bin ganz gespielt. Ich bin ganz gespielt. Außer bei den Profis. Ich war hier für lange verletzt. Mein Knöchel. Dann kam ich wieder. Ich bin ganz gespielt. Und alle wussten schon, dass ich wechsle. Die Plätze von Jugendakademien, von Premier League Mannschaften, wow. Wir haben dann auch gegen Everton gespielt. Gegen Swansea auch einmal im richtigen Stadion. Gegen Everton im richtigen Stadion in Goodison Park. Leicester? Leicester auch im Stadion? Cool. Goodison Park, Doppelpack von Friede. Da passiert nichts mit mir auf dem Platz, ohne mich auf dem Platz. Momo. Flo. Flo. Flo Igera ist jetzt bei Meppen. Auf dem Platz. Und Hertha, take the lead. Inside half an hour, Will Seerkum on target. Swansea haven't made the ideal start this evening. They're 1-0 down. Will Seerkum's strike mopping up after a cross into the area. Another chance now. Just going wide, though, by Florian Krebs. Liam Cullen plays in George Byers. Byers to Kieran Evans. Kieran Evans curls a shot in. And that's Swansea's Equalizer on 35 minutes. A well-worked counter-attack from the Swans. Swansea 1, Hertha Berlin 1. And now it's game on for the young Swans this evening. And what a great goal that was. Kieran Evans curling home. So, Graf Kies into the area. Momo 10-0, 99 tempo. Back to Krebs. Krebs with the cross. And Hertha. Momo had a win? I've never seen it. Another lead back just before half time. Another well-worked move. It was Krebs with the cross. Krebs. Fried in Sturm eingewechselt. So, Graf Kies. Krebs with a shot. I've played all my life in a Stürmer. That's for that. So a great Stürmer. The Swans. Now I'm in. Just on the edge of the D. Back with Kovic. You scored the second this evening. Maybe I'm in the middle. Hop. Just on the underside of the bar. Cool. It goes wise. And it's been given as a goal anyway. Swansea City. Do go 3-1 down. Hertha Berlin. Skinny Lukaku. Come on. Hop. Olé. Off the ball though. Now here comes Frieda once again. Frieda. Nice work. Nice work. And it's a great save though. Graf Grag has a breath to deny him a second tonight. Nice work. And it's a great save though. Graf Grag has a breath to deny him a second tonight. Oh. Max Storm. Interception. Ha. Olé. Off the ball though. But now here comes Frieda. Nice work. And it's a great save though. Graf Grag has a breath to deny him a second tonight. Biabi honors the third and final change of the Swans tonight. Byers. Sensu Yandande. Yandande with a cross. Finds Garrick in the area. But he just can't get a foot on it. He stumbles as well trying desperately to do so. Mulle. That is a draw. Hup. Super ball. Hup. Chippy. Hup. More damage. Hup. 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 Swansea City. Hup. Hup. Jesus. Hup. 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 Ich habe noch eins gefunden. Gegen Reading. Gegen Reading haben wir auch im Stadion gezockt. Wann waren das? So 16, Digga, fast. Das ist 5 Jahre her. Dumme Pelivan, cool. Ah, da bin ich. Coole Haare. Nummer 15. Wow! Die Mannschaft war so kaputt. Wir haben jeden Tag einfach Call of Duty zusammengezogen. Dann sind da keine Zuschauer, durften nicht. Da waren irgendwie, ich glaube von jeder Mannschaft durften 10 Leute kommen. Ich weiß auch nicht. Ansonsten nur Scouts und so. Es war also richtig so, dass nur Scouts da waren. Mal gucken. Ich erinnere mich an das Spiel, aber nicht an Sidney. Such mich. Such mich, Nikos. Oh, Ball vergessen. Nikos, such mich. Cool. Das bin ich. Hä, ich dachte ich habe zu 2-0 gemacht. Oh, vielen Dank für den Sechsten. Digga, habt ihr damals live bei Sport1 euer Junioren DFB-Pokalfinale gegen Hannover gesehen. Ist übel mit deinen Haaren aufgefallen. Hat einfach das erste Mal dein Instagram gesehen. Ja, Leute, Haare sind wichtig. Ja, Leute, Haare sind wichtig. Ja, Leute, Haare sind wichtig. Wir müssen gleich gucken, wer da alles gespielt hat. Wir müssen gleich gucken, wer da alles gespielt hat. Das ist dieser Diop oder Diallo, irgendeiner von denen. Ja. 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 Ich bekomme die voix-X, die darf. Und ich bin in St internet. Ja. Also ich bin gerade auch noch nie genommen. Aber ich bin degli Bit- was. Ich fand doch das so gut eine T entzelt. Dass ich nicht waaraß Cost. ja hier Animals, nicht 최대ise. Ich bin cool. Aber nein, das ist noch ein你是. Der wie mit dem Lenken. Keiner weiß, wo unser RV ist. Declan Rice ja auch. Wer ist das? Lanzini, ne? Philippe Andersen spielt auch. Der sieht da so schmächtig aus, weil er neben mir steht. Momo. Du. Du. Nee. Martini so klein, so wuselig. Antonio hat auch gespielt, ja. Zweite Halbzeit. Ich kam aber als Sechteste, glaube ich, raus. Jetzt bin ich draußen. Jetzt verleben wir noch. Guck mal, wie lecky ausrutscht hinten. Wenn man so totgelacht. Guck, Alter. Der... Der war so wuselig, da reinkam. Ja, ich bin. Ich bin jetzt eine gute tatschein. Vielen Dank.